Äh, hatte ich zwischendrin geladen? Kann mich gar nicht erinnern. Einsatz geladen. Gestoppt. Abgetrocknet. Oh, repartiert das Ding. Sofort! Ja, das wird nix mehr. Nö. Ihr Einsatzfahrzeug. Das wird definitiv nix mehr. Leck mich. Ich hab kein Geld. Okay, wir kaufen mal. Ja, jetzt soll ich uns gleich wieder sammeln schicken. Soll ich wieder sammeln? Wieder auch wieder sammeln. Soll ich wieder... Gehen wir jetzt sammeln? Ich weiß nicht. Aber ich kann mich nicht in zwei Richtungen gleichzeitig konzentrieren. Das geht doch einfach nicht. Verstetigt. Ja, Sir. Verstetigt. Ja, Sir. So scheiße, wie ich den verloren hab. Wieso sagt mir denn jemand, dass meine Basis angegriffen wird? Verstetigt. Ja, Sir. Mit oben. Oh Gott. Oh Gott. Ihr habt doch an die Luftraketen, ihr Kack-Mammuts. Oh Gott. Na komm. Na komm. Fahr doch mal drüber. Jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt geht's vorwärts. Ich hab richtige Panzer jetzt. So, Sammler. Fertig. Kannst mal stehen. Hier. Hier nennt ich ein Söhne von dumm... Oh, was geht denn jetzt hier an? Das ist viel zu heftig. Viel zu heftig. Viel, viel zu heftig. Oh, noch mal. Oh, wow, 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 wow. Slow down, baby. Da haben wir jetzt nicht alles so zu wehen. Wenn ihr Geld kriegt habt ihr. Oh, das ist wahrscheinlich überhaupt nix verringen mit. Meine Denker, iiiiihhhh, fick euch. Fickt euch, jetzt geht's ja voll ab. Was hab ich denn gemacht? Ich muss mal hier an meine Basis so weit schauen oder was? Glaub ich mal noch ein paar mehr Einheiten um das zu gewinnen. Schaltet mal bitte den Strom ab, ja? Seid mal so lieb. Wär jetzt sehr nett von euch. Wird mir ein, ich könnte auch ein Panzer sein. Ich bin hier glaub ich klar zusammen, ja? Nö, oder mal? Moment, wenn ihr so den Bauflag bekommt, ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht gelaufen. Ach, ich hab noch nie genug Finanzmitglied gehabt. Oh ja, die wissen, wie man kämpft. Aber jetzt haben wir die Angst. Das Ding noch mal platt, ich will ja scheiß Fliegern. Das werden wir jetzt mal abstellen. Da noch ein Mammut. Jetzt stellen wir erst mal alles ab, was irgendwie angreifen kann. Also erstmal die Mammuts. Ja, ja, ja. Jetzt ist wieder zu, sondern machen diese scheiße Flugfelder mal platt. Das war schnell. Die gehen mir nämlich grad total auf den Sack. Das war auch noch ein Panzer, komm schon. Boah, macht die V2-Raketendinger viel Schaden. Das ist ja ab. Oh, die hauen ab. Gut. Das geht, wo wir hier nicht wollen. Aber lasst mich in Ruhe. Lasst mich bloß in Ruhe. Haben wir noch einen Bauhof? Bauhof. Nö. Das war alles. Das war so gut wie. Sammeln, Jungs, sammeln. Dann habt ihr dich an die Luftraketen. Ja. Die Zenz ist allerdings etwas... ...beschränkt, sag ich mal. Was? Fahr mal weg, fahr weg! Geh, Kusch! Ich erwarte Ihre Befehle. Ja, Sir. Ich erwarte Ihre Befehle. Ich erwarte der Gerhard. Geht mal da unten. Was, Sir. Ist da schon wieder Strom drauf, oder kann ich weitermachen? Kein Strom. Kein Strom für die bösen Russen. Aber ich hole erstmal noch ein bisschen Verstärkung ran, halt. Also so'n kleines bisschen. In Ordnung. Warte Ihre Befehle. Und euch schick ich mal... ...da hinten. Ihr passt da mal ein bisschen auf. Ich hab immer noch Tanja, ne? Was mach ich mit Tanja? Ich könnte sie rüberbringen. Einheit bereit. Ja, Sir. Ich bin echt auch vom Sack. Wie ist der Rest? Immer freundlich sein zu neuen Nachbarn, mit Kaffee und Kuchen mit und ihr, was macht ihr? Ihr öffnet gleich das Feuer! Das kann ich vielleicht auch, Jungs. Sie haben nämlich jetzt auch richtige Panzer. Ja, Sir. Da kommen noch mehr richtige Panzer. Befohlen! Na ja, da guckst du dumm, ne? Aber jetzt zum Schluss wird lustig. Bereits der Einsatz! So, sammelt euch. Ich weiß drauf, da hab ich gleich wieder einen kurzen Neuen. Guckt mal, ich greife euren Sammler an ihr Spass. Oh, wollt wohl Ärger haben, was? Oh, ich hab eine Einheit verloren. Bauheben zwei neue. Und ich mach das nicht. Die wirklich gefährlichen Gegner kaputt. Und dann sorge ich erst mal dafür, dass hier keine weiteren Tesla-Schulen wieder in Gang gesetzt werden können. Und jetzt mal was wirklich Wichtiges kaputt machen. Was machen meine Sammler? Die Sammeln. Dann machen sie ja fast schon das, was sie sollen. So, noch ein Kraftwerk kaputt. Doch, die Robo. Noch eine Kaserne. Lenk mich doch. Dann kommt, vernichte die Kaserne. Dann reduziert sie erst für die Baugeschwindigkeiten. Dann schauen wir weiter. Noch eine Waffenfabrik. Ach, weg mich. Kein Wunder, dass da schnell die neue Einheiten kommen. Ich geh mal was mit auf. Boah, was explodiert denn da? Da geht ja mal den Schal ab jetzt hier. Kann ich noch was verkaufen, was ich noch so unbedingt brauch? Nee. Besser, ich verkauf nichts weiter. Ja, der ist noch nicht bei Hausen aus der Waffenfabrik und kann schon das Feuer eröffnen. Leck mich doch. Das Ding muss sterben. Stirb! Du seelenloses Gebäude! So, jetzt machen wir die noch mit der Verteidigung platt. Dann ist hier auch Schluss. Los! Ich dachte, die Uhr. Die Uhr sagt, ich spiele müssen heute noch fertig. Komm schon. Komm schon. Stirb! Ist doch nur ein Mammutpanzer. Ist doch nur ein Mammutpanzer. Ist halt drei, sechs, acht. toilet-übkommenter. Melde mich. Trümpferpolen. Ja Sir, nicht auf der Auf усen. Bit auf nur. Anfehl publish ins perí융 giờnhin zur Autobahn … F-Fuck, fuck, 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 stop, fu-Fuck, fuck, fuck, F-Fuck, fuck, 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 Pac, fuck,ael,파, aujourd' ich bekam... Los, los, los! Schnell Kraftwerktöten! Ja Sir! Fliess halt! Na, das ist primär geworden. Ja, kommt keiner oben raus, gut. Jetzt werden erstmal die Kraftwerke alle platt gemacht. Wenn ich sage alle, dann meine ich alle. Ich stecke jetzt hier, bis da wird man auf die Verstärkung hoch. Muss ich hier alles platt machen? Oder nur bestimmte... Moment... Blablabla... Alles... Alles klar. Ja, das Endvideo ist übrigens auch im... Originaldeutschmessung zensiert und so. Also das da alliiert. Das heißt, wer es bisher noch nie uncut gesehen hat, er sieht jetzt mal das komplette Ende. Soll ich muss noch irgendwas verkaufen? Flack, brauche ich, oder? Ich brauche jetzt auch nicht mehr. Kommen wir euch mal. So... Dann können wir auch gleich noch eine... Sowas verkaufen. Boah... Ach ja, richtig. Das kann man auch verkaufen. Und trotzdem noch weiter Marmolkanzer bauen. Find ich cool. Das Problem ist, wenn man jetzt vor den alliierten Dingern macht, dann hat man keine Radarsicht mehr. Das verschwindet dann auf das, was man selbst aufgedeckt hat. Dann müssen auch das sichtbar, was die Einheiten dort sehen. Voll scheiße gemacht, aber... Die werden sich schon was dabei gedacht haben. Oder auch nicht. Ich könnte die Chronosphäre bauen! Soll ich sie bauen? Naja... Ich baue lieber noch nen Marmolkanzer. Für 200 mehr gibt's sogar zwei. Oh halt, nein, die kosten 1700. Dann sind's eben 600 mehr. Versteht nicht! Ja, ich baue halt noch einen. Oh, der Sammler da platzlos. Töte die ihn! Töte die ihn! Ja, Sie hören! In Ordnung! Mach doch bitte das Ding. Einfach nach vorne und sagen, ich soll wiedersehen. In Ordnung! In Ordnung! Vergrießhaft! Auf Wiedersehen! Ach! Schön, dass ich richtige Panzer bauen konnte nochmal. Wiegstens in der... Zwei Mission! In Ordnung! Ja, Sie hören! Jetzt habe ich irgendwie das Verlangen noch Tanja zu holen. Aber es sind überall noch Einheiten. Das ist nix. Dann lass ich Tanja lieber da. Schön, dass die Hälfte oben stehen bleibt. So, wir töten alles. Ach, kann nicht. Das krieg ich jetzt aber schnell. Hoffentlich ist die Russen-Mission... Naja, die Russen-Mission sind doch viel einfacher, weil da kann ich gleich richtige Panzer bauen. Tesla-Spuhl! Was hat er eben gesagt? Ich glaube, unsere eigene Finanzmittel... Kann das sein? Ja. Was weiß ich? Melde mich wie befolet! In Ordnung! Warten wir da her, fangen wir den Sammler an. Ja, Sir! Ja, Sir! Ja, Sir! Da ist die Kirche, da ist bestimmt wieder Geld drin, oder? Was hat er da irgendwas gesagt? Scheißegal! Ja, Sir! Ihr Einsatzverzeug! Komm schon! Komm schon! Was hat mich so schwer... Kein Geld! Das werde ich mir zahlen, in eurem Leben! Ja, Sir! 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 Oh mein Mammutpanzer, ich hab noch so wenige. Sehr schön, sehr schön. Schicken wir noch einen da oben irgendwo hin. Überfahren da unter die Leute, sehr menschlich. Da müssen die Knochen schon richtig knacken. Äh, du bist auch noch Team 2, wenn ich dich erwische. Nein! Oh, oh, sie gleit mir drüber. Jawoll, Raketen gegen Hunde! Macht sie alle platt, die Hurenzöhne. Ach, oh Gott, ich hab ne Einheit verloren. Guck mal, ich verkaufe Kraft, da kann ich wieder Geld. Eins kann ich, glaub ich, noch verkaufen, oder? Ich kann auch eins verkaufen, oder? Jawoll, perfekt. Ja, Sir. Einheit verloren. Ja, Sir. In Ordnung. So, angreifen. Ja, Sir. Verliere ich denn da Einheiten? Ach Gott, weil sie wieder so blöd. Erwarte ihr, erwarte ihr. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Ja, Sir. So, haben wir hier jetzt bald alles, ne? Sehr gern. Wie kann doch da gar nicht mehr sein? Mit Ordnung. Bestimmt nicht. Ja, Sir. Melde mich, überholen. So, treffen wir uns in der Mitte. Bestimmt nicht. Ihr Einsatzfahrzeug. Sehr gern. Ging jetzt schneller als erwartet. Oh, ich hab ne Einheiten verloren. Ne ganze. Ist ja nicht so, dass das hätte ich nicht noch mehr, ne? Ja gut, bis der ja durch die Wand durch ist, haben wir die Testspule schon mal platt gemacht. Und das sichern wir auch gleich mal. Weil ich's kann. Einsatz gespeichert. Ihr Einsatzfahrzeug stechert! Ich hab alles eng. Ich hab vorher gesehen, was passiert. Wir haben uns geschlecht die Tore! Einsatz erfolgreich. War doch einfach. Haja, das Video kommt ja glaube ich erst nach dem Ding. Eineinhalb Stunden? Naja. Stimmt nicht ganz, aber... 20.000 Punkte! Und 150% Effizienz. Hat immer noch keiner gesagt, nach was ich das richte. Ich könnte natürlich nochmal nachschauen, aber... Nö, kein Bock. Riecht so ganz gut! Riecht so ganz gut! Genau, mit Infanterie hab ich angegriffen. Gut, war auch dabei, ne? Hier drüben! Ich hab einen gefunden! Verdammte Scheiße! Der Stalin! Hätt ich mir denken können, dass dieser Bastard wieder überlebt. Naja! Befehl ist Befehl! Na los! Hilft mir ihn hier rauszuholen! Mann! Hey, Freiwilliger! Was zum Kuckuck machen Sie da? Sir! Das ist Stalin! Und er lebt noch! Jungere Mann! Ich sehe da niemanden! Direkt da, Sir! Das ist Stalin! Ich glaube, Sie haben mich nicht gehört, Freiwilliger! Ich sehe niemanden hier! Sie etwa? Nein, Sir! Ich sehe auch niemanden! Muss wohl der Wind gewesen sein! So was hab ich mir auch gedacht! Und jetzt weggetreten! Ich sehe mich nicht! 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 ... ... Ha! ... Ja, schönes Taschentuch, ja. Schade, wirklich, um das schöne Taschentuch, aber egal. Und jetzt ist die Musik natürlich ewig leise. Sonst sind die Videos immer ewig lauter, aber im Abspann ewig leise, ja, lecker mich. Und die ganzen Map-Designer, ja, ganz toll. Grafik, Chris Demers, Matthew Hensel, Audioleitung, Paul S. Nutra, von Klippacki macht Musik und... Ja, ihr könnt es jetzt lesen. Schönes Spiel. Oh Gott, war das einfach. Deutsche Version. Ja, also das Endvideo, ich glaube, es ist gar nicht enthalten in der originalen deutschen Version. Es wurde komplett entfernt, wenn ich mich richtig erinnere. Schlott, 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 schlott. Hm, die Dinger können massengefährlich werden, jajajaja. Und jetzt kommen die Russen, da fehlen auch so einiges an Videos. Joa, einsteigen. Einsteigen ist cool. Warum darf der nicht spielen? Herr Hitler! Videopostbrotchen. Screenplay. Gott, sieht die Grafiken im Bild gut aus. So war überhaupt nicht. Oh, uns gingen die Bilder aus. Machen wir doch mal dasselbe. Ernsthaft. Schöne Spielzeug. Ich mag sie. Ja, Tanja ist wieder... Macht wieder in den Urlaub, ne? Sondern Dank an Daniel Wudiet, Rosa Marie Dalton und alle Wirtschaft in Europa. Vielen Dank auch an Tracy Chapman für einen neuen Anfang. Und das Bild kommt in der Alliiertenkampagne überhaupt nicht vor. Von Essling, Arthur Roberts, Staff-Ross, Barry Kramer, Tanja Lianeliteren. Äh, und von Essling, also die Alli... äh... Ja genau, sowjetische Seite, ja. Oh ja, schreibt seinen Namen halt in den Abspann des Alliierten. Ja, genau. Damit auch jeder weiß, wer noch in dem Spiel vorkommt, ja. Ich mein gut weiß eh jeder, aber... Ich mein ernsthaft. Ja, jetzt wisst ihr wer in der Russenkampagne ja noch vorkommen wird, ne? Wer den Namen gelesen habt, haha. Ich mein, hallo ernsthaft. Was sind das für Arschlöcher? Ich spoilere das eigene Spiel, komm, das geht doch mal gar nicht. Egal, ihr habt seinen Namen einfach nicht gelesen. So, was wollte ich jetzt sagen? Das hab ich's völlig vergessen. Verdammt! Wollte ich noch irgendwas sagen? Es gibt so viele Videos und daraus konnte man so viele Bilder nehmen. Aber trotzdem kommen alle wieder doppelt. Herrlich! Herrlich! Oh, das spielt nochmal. Und das war's. Ja! Und ich mach gleich wieder Russenkampagne weiterhören. Nein, ich hab keine Zeit dafür mehr. Ich wollte schon vor Viertelstunde oder so aufhören aufzunehmen. Kommt hin, ungefähr. Aber egal. Russen... die Russenkampagne ist durch, ja. Nein. Die Alliiertenkampagne ist durch. Und ich werd jetzt noch die anderen Varianten der verschiedenen Missionen spielen. Äh, da werd ich mich kurz noch mit Inis in den verschiedenen Missionen hinspielen. Haha. Nein, ich werd nicht nochmal das ganze Spiel durchspielen. Ja, hey! Es sind drei unterschiedliche Missionen in Mission 5, ne? Spieß doch fünfmal durch. Ja, dreimal durch das Spiel, ne? Nein. Aber das seht ihr dann das nächste Mal. Und dann fang ich auch irgendwann die Russenkampagne an. Und dann... oder Sowjetkampagne, oder... Ach. Die andere Kampagne halt, ne? Die mit den richtigen Panzern und Verteiligungsgebäuden. Und Lufteinheiten. Und alles besser ist als den See-Einheiten. Und Tanja. Tanja haben sie nicht. Und Tom ist nicht im Hauptspiel. Ja. Das war's für heut. Ich sag auf Wiedersehen. Quatsch. Ja. 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 Vielen Dank.